Punkt eins, die Lehre ist attraktiv. Was können wir tun? Vor allem das Matching, das Zusammenbringen, Arbeitgeber und Lehrstellensuchende, aber auch die Potenzialanalyse ist ein ganz wichtiges Instrument. Schwierige Zeiten. Wir stecken schon in einer Rezession und die wird auch noch schlimmer werden, das sehen wir, aber ich bleibe optimistisch. Ich bin überzeugt, dass mitten nächstes Jahres auch wieder die Kurve kratzen. Alles dafür zu tun, dass wir die Konjunktur tatsächlich wieder drehen können. Wie gesagt, wir stecken jetzt in einer Rezession, hat viel mit der Weltwirtschaft zu tun, mit Deutschland zu tun, dass wir hier vernünftige Abschlüsse zusammenbringen, dass wir die Konjunktur nicht völlig abwürgen. Das ist mein großer Wunsch an die KV Verhandler.